Ich habe eingekauft und ich habe das live geplant und ein Post dazu gemacht und ich habe heute mal einen anderen Smoothie gekauft mit Karotte und Orange und denke, das ist die beste Art Gemüse mit Obst zu mischen, weil Gemüse ist noch gesünder als Obst. Außerdem Käse. Ich fahre noch zu der anderen Bäckerei, oder ich gehe zu Fuß hin, die ist nicht so weit. Dann habe ich noch einen kleinen Spaziergang, um mir Brot zu kaufen. Das ist ein Cola ohne Zucker mit Kirschen und dann noch ein bisschen was Ungesundes. Mein Lieblingsmilchreis mit Rumrosinen und ich weiß.